Hallo, ich heiße Martin, bin 22 Jahre alt und ich will euch die Sicht des Lebens von meiner Seite beschreiben. Manchmal verlassen dich Menschen die du liebst, manchmal entsteht ein großer Streit wegen einer Kleinigkeit und manchmal passieren eben Dinge die du nicht willst. Heute kommt es mir so vor als ob niemand mehr richtig Zeit für dich hat, dir was wichtiges zu sagen und deswegen habe ich dieses Video gemacht. Ein großes Danke für die Menschen die mich begeistern und bis heute noch überzeugen. Ihr habt mich einen Schritt nach vorn gebracht und mich zum Nachdenken angeregt. Dieses Video ist extra für euch. Als erstes grüße ich dich. Du bringst Menschen viel weiter als du eigentlich denkst. Für mich warst und bleibst immer real. Du hast mich in deinem Leben als Breakdancer überzeugt. Die Nummer 1. Hast uns allen den Weg gezeigt durch deinen Charakter und deine Stärke. Für mich ist das genauso, wenn man heute über Arnold und Bodybuilding spricht. Eine Legende. Hast bis heute alles richtig gemacht und kannst dich glücklich schätzen. Eid. Und nun kommst du dran. Um es ganz kurz zu fassen. Du bist das beste Beispiel, was man überhaupt nehmen kann, auch wenn du es selber nicht glaubst. Freunde fürs Leben. Du überzeugst mich jeden Tag irgendwie von deiner Art. Glaub mir, für dich wird die Sonne mal extra lächeln. Eine extra Runde machen. Wie viele Döner waren schon in unserem Magen und wie viele kommen noch dazu. Und das mit der Zockerei, das machen wir schon. Das Leben besteht auch aus schönen Dingen im Leben, die man vielleicht erst später kennt, mein Freund. Wie viele Döner waren schon in unserem Magen und wie viele Döner waren schon in unserem Magen.